guten tag kann man sehen was im chat steht ja diesmal und jetzt diese haben die aufklärt oder Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, können wir sehen, oder? Ja, jetzt geht es aber diesmal echt schneller. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Barberstolz! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.